Es kommt ein Tag, an dem Gott vergibt die Sünde und seine Liebe spürt das Böse vor. Ein erster Krieg noch unsehend sind die Brüder und die Welt erfährt das wahre Wort. An diesem Tag, da geht Allah auf Erden und der Prophet mit ihm Hand in Hand hat ein letzter Tod noch für die Friedrichsglauben. Und die Wahrheit legt sich übers Land. An diesem Tag geht jeder Blick nach Zion und der Messias strahlt im Gegenlicht. Ein letzter Schuss noch zerreißt die karge Mauer. Die Welt wird schwer, wenn Jehova Wahrheit spricht. Und dieser Tag vereist die Philosophen. Der Geist gefällt die wieder finsteren Nacht. Das Fest beginnt und Frieden wird für immer. Ein Blick nach oben und es ist vollgebracht. Ist das der Tag, an dem die Menschen endlich greißen? Das Paradies, wo keine Seele mehr friert. Ist das der Tag, an dem die Götter endlich gleißen? Nein, es ist der Tag, an dem die Sonne explodiert. Das Fest beginnt und Friedrichsglauben. Das Fest beginnt und Friedrichsglauben. Denn es ist der Tag, an dem die Sonne explodiert. Da ist das der Tag, an dem die Sonne explodiert. Ja!